ja herzlich willkommen zu diesem video in diesem video fährst du was man unter dem sogenannten geotagging versteht ja und wie und wozu man den standard zugriff bzw ordnungsdienste bei betriebssystem android aktivieren kann und ich zeige dir wie man in einer kamera app in dem fall am beispiel von samsung doch sehr häufig verkauften smartphone smartphones gps für die nutzung aktivieren kann ja und last but not least wie immer meiner videoreihe zur smartphone fotografie dann letztlich auch zur anwendung des erlernten kannst du eine übungsaufgabe lösen im nächsten werden wir uns jetzt anschauen wie man gps aktivieren kann dann nimmst du an und für sich einfach dein android handy und sie ist mit den finger von oben herunter das entsprechende eigenschaften menü auf und dort wählst du dann als nächsten punkt dann die option standort wenn du das hier aktiviert hast werden dann wenn du es zugelassen hast bei einzelnen apps wie zum beispiel einer foto app dann diese standard daten zugelassen das heißt dein handy stellt fest wo du bist und kann dann zum beispiel wenn du fotos macht die dann auch diese standort daten dann damit auch dann speichern gehen und zum nächsten und starte dann wieder die android kamera app und das mache ich dann entweder indem ich hier zweimal hintereinander schnell mal die power taste drücke das ist hier bei den samsung geräten der fall dann startet die kamera app oder ich wähle ganz einfach hier auf dem display wenn wir die kamera app aus ja ich habe sie also gestartet und gehe dann hier bei meinem samsung smartphone dann hier links oben zu den eigenschaften so wie sie eingestellt und wählen wir dann dort stellt mir das dort entsprechend ein wo das ist zeige ich dir jetzt gleich um geotagging dann eben zu aktivieren gehe ich in diesen kamera einstellungen weiter nach unten ich scrolle also weiter nach unten und aktiviere dann den punkt geotagging da steht sehr schön aus beschreibung ihren bildern und wieder text werden dann eben solche geotags dann hinzugefügt und wenn ich mir dann anschauen möchte wo ich ein foto gemacht habe wo sie dann im nächsten schritt dann nur noch zurückgehen und rufen meine galerie auf wenn ich in der foto app in geht es ja ganz einfach ich drücke dann hier in diesem bereich hinein wo ich meine galerie aufrufen kann bisherige fotos gemacht habe drücke hier dann dementsprechend dann drauf und lassen wir dann von einem foto das ich gemacht habe dann dass ich mir ausgewählt habe dann die eigenschaften anzeigen das sind hier in dem fall diese drei punkte auf dem gerät könnte das dann ein bisschen anders ausschauen aber im prinzip läuft das immer gleich aus du lässt willst der foto aus und gestern auf eigenschaften und hier bei meinem gerät ist es so dann wenn ich mir die eigenschaften ausgewählt habe gehe ich dann hier auf details und wenn ich dann details hier ausgewählt habe ganz oben ich könnte auch andere dinge in diesem menü machen aber hier wähle ich eben details aus dann komme ich ja zum glück zu dem bereich wo ich eine karte ist angezeigt bekomme wo ich dann auf dieser karte dann sehen kann wo ich dieses foto dann gemacht habe ich habe auch hier das land dem ist gemacht habe hätte hier dann habe ich ein bisschen ausgegraut habe ich ja auch da noch meine gps daten neben den anderen angaben kamera dichter zu verfügen habe ich blende und so weiter und das datum euch das aufgenommen habe ich eben hier auch die angaben zum standort ja und im nächsten schritt gebe ich dir noch eine kurze aufgabe mit das soll es denn dir gut anschauen kannst und repetieren kannst ja aktiviere mal auf deinem smartphone geotagging im fall der fälle geht vielleicht ein stück wird anders aber es ist sehr ähnlich auf den android handys aktiviert das geotagging über deine eigenschaften bei deinem handy wenn du es eben mit dem finger runter ziehst wie ich davor gezeigt habe macht dann ein foto und lasst du dann diese aufnahmedaten dann anzeigen oder wenn du schon länger das geotagging aktiviert hast und dir ist vielleicht gar nicht bewusst weil hast du mal aber fotos die du bereits gemacht hast dir dann anzeigen wo du sie gemacht hast ja danke für deine aufmerksamkeit und wir sehen uns dann in einem der nächsten videos aus meiner reihe zur smartphone fotografie danke für deine aufmerksamkeit